Ich halte aus. So schnell bin ich nicht. Ich hab so mittelgute. Ja, bin tot. Ich hätte fast einen Profi da oder Motivationscoach. Ja, ich hab einen Handwerksmeister und auch einen Motivation. Motivation. Den Mutigen hätte ich. Angriff plus 10. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, könnte ich die mir ausleihen? Kannst du ganz haben, Raul. Dann nimm mal kurz Nelly wieder. Ich nehm kurz Nelly wieder, ja, also. Ich hab Nelly wieder. Da sind wir ganz tot. Hm, okay. Soll ich noch kommen? Oder wird das nichts mehr? Ich weiß nicht, der ist aus meinem Sichtfeld geflogen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch da ist. Okay, erstes Ei fertig. Ausblüten. Das ist ein Astegon. Ein flinker Astegon. Uh. Zum Reiten gut. Ja, nicht schlecht. Du kannst da ein Schattending rausnehmen. Warnschst du denn da? Ja, mein Schattending nehme ich. Warte. Ob da ist er. Danke. Sag Nelly schon mal in die Zuchtbox für dich. Ja. Das ist doch Nelly, ne? Ja. Astegon ist doch dieser riesengroße schwarze Drache, ne? Ja. Das schöne Dinge. Ähm. Und dann macht ihr doch weiter. Auf die nächste Stufe, die armen Tiere. Die kleinen Eier, Tiger, die kannst du auch nicht mal alle aufmachen hier. Ich hab' nicht gezählt, weil er angeblich durch ihn durchging. Ich hab' nur den Handwerksmeister mit Weibchen. Ja, ich hab' Motivationscoach mit Weibchen. Weiß ich halt. Hier. Zeig dir mal da. Und was redet ihr denn? Warnwürm. Ähm. Warnwürm für Astegon. Handwerksmeister oder Motivationscoach. Guck mal, meine Warnwürms. Ich kann ja eh neue Dinger machen. Wie läuft's bei dir, TagEi? Äh, ich rühre grad ein Ei aus. Soll man doch mal gleich nochmal ein Dungeon machen, oder willst du mal selber versuchen? Soll man doch gerne machen. Äh, den Boss würd ich gerne selber versuchen, aber... Ich kann's gerne mitkommen. Warnwürm mit Grobian und, äh, Gelb, Angriffsstratege. Angriffsstratege ist geil. Eben 6,5 Minuten. Macht halt eigenen Angriff höher. Ja. Mit 10%. So, das 1 ist, äh, also ich hab... Ah, hier ist noch einer. Ne, der ist schlecht. Aber ist das ein Weibchen? Äh, ne, ist ein Männchen gewesen. Ne, ich hab' nur 3 und die anderen beiden sind schlecht. Die sind selbstzerstörerisch. Okay. Und irgendwas anderes schlechtes war das noch. Ich liebe das, ja. Leider ein Weibchen. Weib die. Aber werden wir uns fliegen doch hier das Todesfieler rum. Ja. Wollte ich grad sagen, bei uns... Äh, erst recht bei uns in der Hauptbase. Ich suche hier noch ein... Gibt's hier oben noch in dieser Wüste noch irgendeinen weiteren Spot? Ähm, Spawn-Spot? Ja. Rechts oben. Ich weiß halt nicht, wo du bist. Warte. Also, von der Stadt aus nach rechts, wenn du die Stadt anguckst. Da ist auch der Turm. Okay. Ach, der ist im Turm. Okay, der Turm. Der Turm war grad das, äh... Also du, du hast jetzt nichts zum Züchten? Äh, ich hab' den einen jetzt genommen da. Ach, okay. Den Motivations-Coach. Ich find die Kühe so süß. Dann brüte ich mal das nächste Ei aus. Genügsam und froh, Natur. Direkt neben unserer Base ist ein, äh, Dungeon offen. Äh... 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 Don't do that. Wer soll was nicht tun? Äh... 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 Ich hab' hier bin wir verbuggt. Ach, Mann, ey. Äh... Wie war das nochmal verbuggt? Ich hab' den festhalten und rechte Maustaste. Okay. Dankeschön. Gerne. Nun, wie krieg' ich den aus dem Boden raus? Oh, die verpacken ziemlich oft und ziemlich schnell und... Äh... Naja, oh Gott. Den kriegen wir nicht mehr. Umsonst die ganzen Bälle geworfen. Äh... Wie das immer nervig sind. Nervig. Erst recht, wenn du keine Bälle hast, ne? Keine Sphären. Mhm. Äh... 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 Gut, dann geh' ich mal zu dem Turm dahinten. Hier ist ein zerfurchtes Ei fertig. Und ein gefrorenes Jumbo-Ei. Ja, das sind noch ein paar von mir. Also gefrorenes Jumbo-Ei ist nicht meins. Aber die anderen Eier sind ein paar von mir. Die hab' ich eben... Eins ganz, ganz links. Das ist ganz, ganz links. Ich müsste ein Jumbo-Ei sein. Ist das weißes? Ja. Ah, das ist meins. Okay. Das gewöhnliche Eis von mir... Wow, durch den Bug hab' ich gerade zwei Bälle ins nichts geworfen. Die Wüste erinnert mich so an WoW. Ich weiß nicht, wer WoW gespielt hat. Im Chat. Oder ihr. Nö. Nö. Ja. Nö. Das erinnert mich so. Die Wüste erinnert mich einfach so mega an WoW. Da hab' ich mein erstes, äh, legendäres Teil bekommen. Epi... Legendäres Teil. Legendäres Teil? Episch. War das episch? War das episch? Das weiß ich nicht, Dex. Episch, legendäres. Oh Gott, der Choco-Choco-Boss. Legendäres. Episch. Ich muss gerade echt mal überlegen, von den ganzen Spielen wird man total bekloppt. Legendäres oder episch? Ich weiß gerade echt nicht mehr welche Farbe es war. Ich meine, es war eine lila in der Farbe, also das ist episch. Und bei WoW ganz am Anfang, ganz am Anfang, wo es rauskam, war das... Das ist super selten. Die haben einfach die Drop-Chance gemacht, irgendwie auf 0,0000001 gemacht oder so. Ah, du hast nie was bekommen. Und dann habe ich das erste ewige, denke ich mal, ewige Item bekommen. Da war ich gerade bei einem Grey Fox zu Hause. Haben wir bei ihm zu Hause gezockt. Sein Bruder war am Pennen und ich musste seinem Bruder unbedingt Bescheid sagen. Da habe ich den geweckt einfach, der musste arbeiten. Und ich so, Markus, Markus, ist es bekloppt oder was? Du musst morgen früh aufstehen. Ich habe ein episches Teil. Und der aus dem Bett gesprungen. Ich so, yeah, vor die Party im Haus. Das war echt lustig. Das war eine Robe von irgendwas. Eine Stoffrobe. Ja, ich habe den Volker schon mal mitten in der Nacht geweckt, weil es anfing zu regnen. Im hohen Sommer. Ich bin so befreuter. Armer Volker. Ja, Volker war auch begeistert. Und dann weckt sie mich und sagt, es regnet. Du musst es irgendwie mitteilen, meine Freude. Na, Dex, ich sehe doch, du überlegst, oder? Kennst du das nicht, wenn man ewig, wenn es ewig im Sommer nicht geregnet hat und dann freust du dich, dass es endlich mal regnet und abkühlt? Doch, aber ich werde trotzdem schlafen. Ich bin weg meiner Haft, aber nicht die Leute. Wenn du so einen seltenen Vogel oder sowas draußen siehst, dann bin ich sofort wach. Ich sehe jetzt den Dodo da rumlaufen. Naja, ja, Schleiereule oder sowas bin ich direkt da. Schleiereule habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich will es aber. Ich will sie auch gerne sehen. Direkt in die Pfanne werfen, ne? So doof. Ich sag mit dir. Hallo? Hau dich gleich in die Pfanne, Mann. Aha. Du bist übrigens an den Eingang für einen der Bosse vorbeigeflogen. Eingang einer der Bosse vorbeigeflogen. Na, ich sag dir aber nicht wann und wo. Okay, ist egal. Ich wollte jetzt einfach nur den Spawnspot hier holen und jetzt fliege ich erstmal wieder nach Hause und meine Eier ausbrüten, die ich alle gefunden habe. Das muss ich noch schnell dazu sagen, bevor jetzt jemand sagt, wir Decks muss ein Eier ausbrüten hier. Na, das ist jetzt schon so alt. Aber es hört nie auf, ne? Weiß nicht. Ach, Pau, ich wollte ja noch was erzählen, fällt mir grad ein. Darf ich dabei sein? So, du kommst mal das Eier rausnimmst. Ne, ich schreib dir das lieber. Ja, weil sonst pimpern die gleich sofort wieder neu im Fressenkuchen. Das machen sie nur am Ende. Den Kuchen fressen. Achso. Geht euch gar nichts an, was wir uns immer bewagen. Ach, Mano. Mano. Oh, ich hab ne Socke bekommen. Ah ja. Mit Wunsch. Sehr schön. Ein heißes Riesenei. Geil. Und jetzt ein saftiges Riesenei. Geil. Und jetzt noch ein saftiges grünes Jumbo-Ei. Hab ich schon geil gesagt? Ja. Nochmal. Geil. Geil. So, jetzt mach ich das aufgefrorenes Jumboi. Ich will was ganz, ganz tolles. Geil. Geil. Mann ey Luigi. Ich hasse dich. Haha. Mann ey. Ja, Luigi. Ja, ein Sweeper. Ich krieg immer diesen beschwerten Sweeper-Pieper her. So. Hör auf zu lachen, oder? Mann. Nein, ich wusste grad. Oh, darf ich wieder? Ja, du darfst wieder. Hast du dir den Spark-Kit mal angeschaut? Den wem? Nelly hab ich schon draufgeklaut. Also Nelly hat sich schon rausgeklaut. Wo bist du? In the base. Bada bada. Ibaself. Bada 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 bada. Ey komm her! Tja wie immer sofort arbeiten gehen wollte. So, heißesersenall. Hier guck mal. Süß, ne Ratte. Ja, Ratten sind süß. Ja, Ratten sind wirklich süß. Hast du nicht gerade gesagt, Ratten... Hä? Ja, eben. Ratten. Der widerspricht sich total. Der Junge. Inwiefern widerspreche ich mich denn? Du hast ja erst gesagt, ja, total süß, ne Ratte. Ja. Und dann sagst du, Ratten sind süß. Ja, 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 ja. Ne, 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 so geht das. Was ist das eigentlich? Ja, guck, ich lebe sie schon. Ach so. Sie hat sich vielleicht nicht so angehört, aber es war ernst gemeint. Ja, ja, ja. Es war ernst. Was Ernstes war es. Was Ernstes. Ganz Ernstes. Im Ernst? Ja. So, Herr Dechsen? Ich weiß nicht zu genau was, aber ja, alles ganz genau so. Was ist das denn? Ich will es lesen. Schick mir es auch. Ich will auch mitlesen. Was ist das für ein fettes Vieh? Ein Astegon. Das ist hässlich. Das ist Astegon-shaming, das ist. Wenn ihr es nicht braucht, bitte zum Metallbass springen. Ich habe, ja, theoretisch, ich habe drei Astegons. Also, einen könnte ich eventuell weglassen. Guck mal. Gibt es da etwas, was du uns noch sagen willst? Wieso? Was? Ja, wegen einer Nachrichten. Was genau davon? Ja, letzte Part. Äh, warte, normalerweise nicht der letzte war. Warte, hä? Boah, jetzt bin ich neigierig, ey. Ja, was kann ich dir dafür? Das hat sie getan. Dann wird es mal Zeit, so. Ja, war ich auch der Meinung, aber dann hat... Warte. Äh, Ulwe gekämpft. Nein, die Pimpern doch! Äh? Zeit zum Pimpern, hier wird gekämpft. Es geht mir ab. Er hat was getan, jetzt bin ich neugierig, ey, Mann. So jung und schon so neugierig. Ich finde, da gibt es so eine Szene bei Heidi, bei der Heidi Anime-Serie, hier. Dann, ähm... Die Anime-Serie, auch schön. Ist doch ne Anime-Serie, oder? Heidi ist ne Anime, ja. Ja, deswegen, ich muss das hier mal erwähnen, sonst verstehen das viele nicht. Wie Tiger-Eye, die kennt das nämlich nur aus den 40ern. 1940 kennst du das. Mein Papa hat immer zu Anime Guti 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 Guti. Was? Krass. Und wenn immer irgendein Tier war, dann war das immer gleich Pikachu. Ja. Oh, das was fühle ich. Das haben meine Eltern auch immer gemacht. Was, was, was? Wie hat Pikachu gesagt? Pikachu. Wenn irgendetwas hier in einem Anime kam, meine Eltern und scheinbar auch Pauseltern, immer gesagt, Pikachu! Ist das Pikachu? Okay. Oder dieses, wohin genau, oder wohin genau, haben sie ja auch gerne gesagt. Wenn ich nur sage Pikachu, dann sagt meine Mutter Gesundheit, bitte. Ich hab gar keine Ahnung, was das ist. Ja, doch Pikachu kennt man ja. Ja, die müssen auch wieder so aussieht. Die mussten sich das ja mit antun, wenn ich das geguckt hab damals. Punkt 2 mal noch, aber jetzt sind meine Eltern nicht dabei. Was? Wieso denn nicht? Wie sind die Tiere da eigentlich alle rausgekommen und warum kommen sie jetzt nicht mehr rein? Oh Mann. Das sind Fragen, die wir ja in Antworten haben. Gute Fragen. Boah. So, du kannst mir, oder einer, der in der Base nichts zu tun hat, mir helfen, die ihm alle wieder reinzutragen? Ähm, hol doch einfach aus dem Ding zu raus. Ah, PC rein raus. Nein, geht nicht, weil die ja es zu schübeln sollen. Boah. Mach das nur bei den beiden, die da drin sind, nicht? Das geht doch schnell. Ich bin dann dumm, die auch nicht oder leider nicht helfen. Tocotocco-vieh geht mir so oft zu nerven als Boss. Ich möchte kein Tocotocco als Boss fangen. Außerdem hier so ne Kettriff auf dem Knie, auf dem Schulter gehievt, das hat da auch irgendwie gesagt schon. Oha. Wer macht denn hier so mega Geräusche? Das ist die Robbe. Nein. Ich kann gar kein Tier aufheben, Leute. Nee, die Petersilien kann die auch nicht aufheben. Einfach rein, wieder raus und ist gut. Ach, na toll. Wieso denn? Die sind doch nicht... Ja, weil die eigentlich züchten sollen. Ah, die sollten das? Die Petersilie? Ja. Oder alle? Wollten die alle da drin poppen? Nein. Dann kann man doch die anderen... Schon ja bestimmt, aber... Ich kann die auch nicht aufheben. Der knackt den jetzt schon wieder an. Ach man. Ich hätte doch Zeit brauchen. Du bist von vorne. Ich hab's jetzt nicht. Wieso wolltest du erst mal von hinten oder was? Hä? Das sind so Dinge, äh... Das sind scheinbar du. Was denn? Ich glaub, die haben das eh abgebrochen scheinbar. Okay. Was ist hier schon wieder los hier? Weil ich's grad bei Dex and Stream gesehen hab, es wird ja gesagt, es gibt über 2000 verschiedene Kombinationen für die ganzen Pals. Jetzt wird aber darüber diskutiert, warum kann man die Pals nicht mit den gefangenen Menschen fahren? Wow. Oh Gott. Das Huhn ist in der Luft gestorben? Ja, das hat sich in der Luft gejagt. Tolles zu tun. So, Pau? Äh, nee. So, Yoko? Ja. Warte, ich muss mal eben jetzt wieder mal reparieren. Bis später, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So. Moment, ich muss mal eben kurz mal ein Kram wieder reparieren. Nach der Angreiferei hier. Welches Dungeon wollen wir denn hin? Mal gucken. Ist das eine Dungeon hier? Ja, wir haben doch direkt einen Dungeon hier. Ja, das hatte ich noch nicht geschafft. Ach, stimmt ja. Nicht los, ey. Nup. Nup. Was? Hast du jetzt nicht gesagt? Doch. Genau das. Boah. Ist gemeint. Wow. Ich schmeiß immer die seltenen Organe andauernd immer in die Kiste und irgendjemand nimmt sie raus. Ich krieg für die seltenen Organe 3.400. 3.400 was? Geld. Beim Händler. Haufst die einfach. Aber nicht nicht. Äh, wo war das nochmal? Hm, ich hab's gelesen, Molly. Ähm, rechts, rechts rum. Kannst du mir noch vorgucken auf die Karte, wo ich bin? Na, ich weiß klar wo. Anubis kommt seine Arbeit nach. Was? Nur das gleiche. Wegen Arbeitskräfte. Aus, aus, äh, fernwüsten Land. Genau. Mann. Volga, die Takis sind eher, was sollen wir jetzt machen? Mann. Ja, komm. Ich bin, glaub ich, zu weit. Meine Mutter hat Männern und gesagt, Pokéments. Die Pokéments. Wo kommst du denn her? Ich bin zu weit geflogen. Ist das dein Wolf? Yes. Hä, hab ich keine Fakten? Keine Laterne? Warte mal kurz, ich hab keine Laterne. Sekunde. Endgamefeeder. Ähm, haben wir, haben wir keine Laterne? Doch. Es ist noch nicht Nacht. Es ist noch nicht Nacht. Es ist noch nicht Nacht. Ach so. Ich hab keine Laterne, sehe ich gerade. Du kannst. Ich hab keine Laterne, mein Dings. Komisch, ne? Guck mal, jetzt hat man die, so trägt man die noch mit, oder? Ja, im Wichtigen bei wichtige Objekte. Guck mal genau da rein. Bei wichtigen Objekte. Da kannst du sehen, ob du eine hast. Bei wichtigen Objekte. Wenn du siehst, die da auch. Aber die hängt bei mir nicht mehr am Körper. Komisch, ja. Okay. Bis später. Okay, ciao. Ciao. Okay. Let's go. Hast du jetzt, ne? Fackel? Ich hab eine Laterne, ja. Die wird irgendwie erst später aktiviert, wenn es wirklich dunkel wird. Oder so. Ja. Ähm. Ja. Oh, wo hast du den hier her? Hast du den letzten Mal schon gehabt? Ne. Der ist super. Oh Gott. Dein Incentrum, pack den mal ein, bitte. Dass er wieder heilt. Pack mal was anderes raus. Der kriegt jetzt währenddessen auch noch ein bisschen Level dann. Hey, warte. Hast du eine neue Tastatur? Oder bist du heute näher dran an der Tastatur? Ich bin eher dran. Wie kommt's? Äh, ich hab ein neues Maus bekommen. Okay. So ein langes wie du hast. So ein breites. Und da musste ich jetzt das Mikro ein bisschen näher ran schieben. Ich hatte Sorge, dass es sonst so weit weg ist. Und was ist hier passiert? Die liegen Leichen. Aber warte, ich kann es mal ein bisschen so. Ach, alles gut. Ist mir nur aufgefallen, dass ich jetzt immer die Tastatur und sowas höre von dir. Das hat man sonst nie gehört. Der Heidi ist da. Bist du denn rum? Es gibt nur einen weg. Oh, äh. Oh, der ist cool. Ist das deine? Ich meine, du bist schon durchgelaufen, ne? Nein. Ich weiß grad nicht mehr, wo hab ich mich denn jetzt verlaufen. Ja, das ist nur ein Raum. Du kannst nur in einem Raum lang laufen, guck mal. Ja, da hinten ist auch noch ein Weg. Der... Bist du sicher? Der andere Weg dahinten ist der Ausgang. Oh. Den kannst du fangen hier von uns, wenn du möchtest. Ach, warum? Hast du an der Statue, die bei uns in der Base mal deine Fangwerte erhöht? Äh, ich hab zu wenig von den grünen Statuen. Müsstest du mal machen. Hast du... Du hast ein Flugtier? Ich hab ein Flugtier. Dann solltest du mal wirklich mal eine schöne Runde drehen. Die sind ganz wichtig. Mach das so viel aus? Ja, also, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel so, so zu Low-Bobs gehe, brauche ich gar nicht... Boah, ich schieße ihn doch mal ganz kurz an, damit ich wenigstens einen Schaden mache. Mhm. Und dann werfe ich einfach die Sphäre. Die sind immer drin sofort. Hier kannst du dann, ähm, die Dings holen. Da gibt's noch eine Kiste und noch ein paar... paar Vögel hier. Guck mal. Boah, 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 boah. Waaah, boah. Hey, kein Ratsmeetusekätzchen. Wuh! 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 Huh? Das gibt immer fett Punkte für dich. Oh. Nox. Du hast die Armbrust geschossen. Die Armbrust ist zu stark. Hedge hat erst recht. Was hier? Nee, wir sind doch nie da runter gesprungen. Nee, aber ich wundere mich gerade, wo ist denn der andere Eingang? Es gab da noch einen anderen Ein- oder Ausgang. Ah, da hinten. Da sind wir gerade dran vorbei. Gut, dass du den Weg kennst. Nee, ich verlaufe mich in den Dungeons andauernd. Okay, Sorge. Ich schaff's ja auch. Aber der hat keine Säulen, der Gang. Das ist egal. Hast du nicht gesagt, der muss mal Säulen haben? Ja, aber wir sind ja schon am Boss vorbei. Wir gehen jetzt gerade in den Raum, wo wir ihn noch eine Kiste holen. Okay. Eigentlich schon geile Räume, ne? Man könnte hier einen schönen Bossfight machen. Ja. Du hast mich angeschlossen, ja. Du bist mir genau vor die Flinte gelaufen. Hey. Sauber. Moment, er wieder rum. Lass doch stehen, wie ist die Katze? Meister, Zappel, Philipp, ne? Ehrlich. Das hast du so vergenietet! Hier unten ist ne Kiste. Oh, keine Kiste. Doch, auf der anderen Seite. Oh, diesmal auf der anderen Seite. Das erste Mal, dass ich die hier sehe. Hier kannst du aufmachen. Boah, die Katze gerade. Boink, boink, boink. Die sitzt hier durch die Gegend. Die irgendwas verschlimmbessert mit dem Bitsch irgendwie. Mit was? Mit dem, mit dem Skapper irgendwie, mit dem Update, ne? Ich hab keine, keine Probleme bis jetzt gehabt. Heute glitschen die Tiere teilweise ein bisschen durch die Gegend. Flix rechts, flix rechts, flix! Ich bin echt am überlegen. Oh, die sind gut. Ich find den Footlers voll lustig. Hab ich die gekillt? Oh! Ich kann mich mitbekommen, wenn ich die gekillt habe. Das war zu viel. Das war zu viel, ja. Wir gehen mal hier runter. Wir springen mal den Weg runter. Ich denk, was ist ein Weg da runter zum Boss oder sowas? Vielleicht ne Abkürzung oder sowas, damit man den ganzen Weg nicht zurücklaufen muss. Ich denk mir schon. Oh, das ist die Kiste. Die Kiste? Die Kisten hier drin sind wirklich ein bisschen schwach, ne? Das ist auch das Anfangserste. Das sind die ersten Dungeon. Ich muss ganz ehrlich sagen, da achten viele Leute gar nicht drauf. Diese Kletter, die Kletteranimation, dass man überall hochklettern kann, ist so gut. Ich kenn so viele Spiele. Ja, aber das ist so ein bisschen Zelda-mäßig, ne? Also, bauen wir in Zelda auch so. Dass man überhaupt ein Spielen mal überall hochklettern kann. Einfach überall hochklettern. Was man möchte, wo man möchte. Das ist so gut. Ja. In vielen Spielen bist du einfach immer gehandicapt, dass man irgendwie was machen kann. Aber das fand ich in Zelda halt auch. Du konntest halt komplett die Welt auch dir anschauen, ne? Oh, Überfall. Bilder-Fan-Mob. Schön. Jetzt kennst du das auch. Du hast bestimmt auch die Probleme als Influencer, ne? Ja, alle. Über diese Fan-Mobs. Sehr schön. Lavander, total schreckliche Viecher. Hässig. Was sind denn Lavander? Willst du nicht? Das sieht so aus wie... Stell dir vor, Lamas oder sowas ähnliches in... Ne, nicht mehr Lamas. Keine Ahnung, was es ist. Irgendwelche Viecher, die einfach auf Porno aussehen. Wirklich auf Porno. Ach, die? Ja. So einen hab ich... Fui, David. Lest dir mal. Aber die sind eigentlich voll stark. Es gibt so kleine Geschichten dazu. Lest doch mal. Lest dir mal die Geschichten. Ja, doch hab ich gelesen, ja. Playboy Bunny. Das ist doch kein Hase, ehrlich? Hase? Oh Gott, kleck, kleck, kleck. Hilfe. Was ist denn hier los? Ja, manchmal gibt's ein paar kleine Ruckler, ne? Ja. Das ist ein Hase? Okay. Sag für mich nicht aus wie ein Hase. Dunkel und wir kommen. Oder Boss. Den Raum finde ich eigentlich so schön und hier ist nix. Bei VWW hätte man links und rechts so Mobgruppen gehabt. Da muss man immer aufpassen, dass man die immer rauspickt. Okay. Hast du VW gespielt? Ne. Du hattest mal einmal gratis runtergeladen und ausprobiert, aber ich fand halt die Grafik... Mich muss halt ein Spiel auch grafisch irgendwie anreden. Mich ist das überhaupt bei der Grafik... Also anfangs, als es rauskam, war die Grafik top. Ne, da hab ich's halt nicht gespielt. Aber erst Jahre später, wie gesagt, ist die mal am Wochenende gratis und dann getestet. Aber... Ne. Du hast doch noch eine BOW-Sucht. Und welcher Boss? Tja. Irgendwann kommt er mal. Wir warten einfach. Geh mal ein bisschen näher. Die fallen dann gleich um Himmel. Ein Boss da. Oh. Gar kein Boss. Das Tor ist offen. Und das heißt? Ist das normal, Leute? Kann man nochmal zurückgehen? Das Tor ist offen. Ist das sonst zu? Ja. Okay. Die Kisten sind auch weg. Hier ist jemand durchgerannt. Äh? Warte, äh, äh... Ich glaub, das hat... Ich dachte, Akuma war in einem anderen, dachte ich. Ich glaub, jemand war hier drin gewesen, ja. Okay. Schade. Egal. Du hast wenigstens ein paar Punkte bekommen. Komm, wir machen jetzt mal eine Runde. Hast du was zum Reiten oder nur zum Fliegen? Fliegen nur. Äh, doch. Zum Reiten hab ich den, Sherry. Äh... Ah ja. Das will ich mal sehen, wie das Geritten wird, das Vieh. Sitz da halb drauf. Okay. Chill. Oh cool. Das ist aber nicht so schnell wie deine. Nee. Oh, die Füße. So süß. Warte, warte, warte. Ich wollte sie so fangen. Achso, tschuldigung. Aua. Kannste auch fangen. Ist ein guter, ist ein guter, ist ein guter. Ich bin da oben. Hm. Oh... ... das ist Lenox. Oh. Oh. Hmm. Toll... Toll... Toll.